Sabus, ich würde sagen, wir klären kurz vor ein paar Sachen und kommen zur ersten Frage, von der ich mir absolut sicher bin, dass in den Kommentaren dieses Videos auftreten wird und ich muss leider diese mit Nein beantworten. Ich werde das Vivo X70 Pro Plus nicht testen. Nicht, weil ich nicht kann, sondern weil ich mich nicht dazu durchringen kann. Fragen sich jetzt manche, wieso ich das überhaupt in einem IQ8 Pro Video erwähne. Liegt ganz einfach daran, für die, die es nicht wissen, dass die beide nahezu die gleiche Basis-Hardware nutzen. Leider allerdings auch eben Software und das ist mein Hauptproblem. Über Trading Shenzhen bekomme ich es nur mit Origin OS und mit den ganzen China-OS-Limitierungen plus auch Vivo-Accounte, den ich absolut nicht aktivieren kann, wie so auch immer, komme ich einfach nicht klar. Allerdings schon mal vorab, die Hardware ist ja wirklich top. Abgesehen von der Kamera sind die auch nahezu gleich. Allerdings wird das eben auch der Grund sein, wieso die meisten eben zu Vivo X70 Pro Plus schielen werden. Kann ich euch sagen, dass die, die Android nur wie Android Jutschen usen, also diese Extra-Berechtigung nicht brauchen, absolut klarkommen werden mit. Und es gibt ja noch Funtouch OS, das vielleicht manche hier bekommen können werden, das sowieso deutlich besser sein kann, kann ich halt nicht beurteilen. Aber wir beurteilen halt erstmal das und kommen kurz zur Hardware. Ich habe ja die weiße BMW Edition mit dem Sandstone, wo ich euch sagen kann, es fühlt sich echt nice an. Ähnlich der OnePlus 5T griffig. Allerdings jetzt nicht irgendwie, ja, komisch, ähnlich wie Schleifpapier rau, was leider das Case ist, weil das fühlt sich irgendwie eklig in der Hand an. Also da bin ich absolut nicht mit klar gekommen. Der Rest der Hardware allerdings top. Der Power-Button ist super erreichbar, auch der Volume-Rocker. Dann eben hier das Mikro, da unten natürlich noch Lautsprecher. Gibt es natürlich auch hier mit dem Earpiece. SIM-Karte, USB-Slot. Wir haben ein gekürftes Display. Ich persönlich mag es. Ich weiß, die meisten werden es nicht mögen, aber ja, da müsst ihr euch eben mit abfinden. Wie auch mit dem Ultrasonic Fingerabdruckleser, wo ich sagen muss, der ist, auch wenn er riesig ist, und ihr seht schon die Fläche, es gibt übrigens auch eine 4 GB Version davon, also das, die man hier optional einstellen kann, allerdings für mich immer noch irgendwie ein kleines Stückchen zu hoch ist. Und ich greife das Handy komischerweise, natürlicherweise immer irgendwo hier und treffe nicht ganz. Aber wenn ihr das trefft, ist der wirklich super schnell. Allerdings gibt es da eine Sache, die man einfach beachten muss. Und zwar wird der Fingerabdruckleser wie folgt eingestellt. Ihr drückt im Prinzip nur mit dem Finger drauf, haltet und dann wird gescannt. Ihr habt hier nicht wie bei anderen Handys eben die Option, dass ihr das mehrfach machen müsst. Das heißt, wenn ihr jetzt so entsperrt oder praktisch freischaltet, gehen die Seiten nicht. Was ich als Lösung gefunden habe, ihr tut einfach nochmal einen zweiten oder dritten Fingerabdruck einscannen mit der Seite E als Vordergrund. Dann erkennt ihr es nicht unbedingt als den gleichen Finger. Denn wenn ihr das mehrmals versucht, sagt ihr, dieser Finger wurde schon gespeichert. Also nur mal als Tipp. Und dann seht ihr auch schon, wenn, ist das Ding wirklich super schnell. Und reagiert auch ziemlich gut. Aber ich muss jetzt sagen, es ist jetzt nicht weltbewegend. Und die größere Fläche hat in meinem Fall jetzt nicht so viel gebracht. Ansonsten haben wir noch eine Notch. Aber ich habe das ja schon so oft erwähnt. In den meisten Apps, gerade im dunklen Modus, sieht man das sowieso nicht. Allerdings noch kurz ein Wort zur Folie. Die ist absoluter Schrott. Denn sie ist super schön glatt. Lässt sich auch super schön putzen. Aber sie ist auch butterweich. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Aber wenn ich da nur kurz mit dem Fingernagel ein bisschen drüber geisst, ist das Ding schon total verkratzt. Und vorhin beim Anfang dieses Videos bin ich einfach schon nur leichter an die Seite gekommen und habe sie hier schon gelöst. Das heißt, wir können sie abziehen. Vergessen die. Und dann haben wir eine Fläche, die wahrscheinlich sowieso deutlich besser ist. Aber die meisten werden wahrscheinlich sowieso Panzerglas nutzen. Übrigens, ich lasse es jetzt einfach nochmal ausgehen. Ihr könnt auch direkt entsperren, ohne dass da was aktiv ist. Also ihr könnt einfach draufhalten. Es entsperrt. Ja. Vorführeffekt. Ein bisschen fertige Figur. Allerdings ist das Ding ja auch noch vielleicht mit der Folie vorkalibriert und müsste vielleicht nochmal nur eingestellt werden. Jetzt ohne. Okay. Kommen wir zum nächsten Part. Das wäre das Display. Ein absolut geiles Display. Sehr, sehr schön hell. Ihr habt jetzt nicht ganz so viele Einstellungsmöglichkeiten. Hier bei den Farben, wie vielleicht bei manchen meinen Antien. Aber ihr habt noch genug. Also ihr habt Standard, professionell, hell. Fand ich ein bisschen komisch und an den Farbtemperaturen. Ansonsten auch die Umgebungslichtanpassung. Wir haben eben 1440p. Wir haben 120 Hertz. Wir haben auch noch so einen intelligenten Umschaltmodus. Und ich weiß, manche sagen, ich habe leider die Schrift immer zu klein. Habe es allerdings auch diesmal leider wieder vergessen zu ändern. Ansonsten gibt es ja nicht wirklich viel zu sagen. Wir haben ja ein bisschen Spiegelung. Wir haben ja auch eine leichte Verfärbung. Aber ansonsten echt top Display. Und nicht ganz top, aber immerhin sehr gut ist auch der Lautsprecher. Hören wir uns den einfach mal an. Er ist völlig ausreichend. Er klingt gut. Aber es gibt vollmundig klingendere. Es gibt lautere. Und auch wenn wir hier ein paar Optionen haben, um das zu verbessern, hat es jetzt nicht wirklich die Welt ausgerichtet. Aber langt völlig aus. Leistung ist allerdings absolut top. Also das Ding ist extrem butterweich. Woran genau das jetzt liegt, weiß ich gar nicht. Aber ihr seht es vielleicht auch schon hier, selbst im YouTube läuft es 120 Hertz. Absolut top. Das Einzige, was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass durch die langen Animationen, ihr seht es schon, habe ich Animationen gesagt? Ich meinte Animationen hier, das Multitasking sehr, sehr langsam wirkt. Aber der ganze Rest absolut top. Wie eben auch das Laden 120 Watt soll es haben. Persönlich habe ich jetzt diesmal total vergessen zu laden, weil es jedes Mal mich angesteckt hat, aber im Prinzip schon voll war. Also sollen 18 Minuten sein. Lass es 20, selbst 25 sein, spielt keine Rolle. Das Ding ist locker, weit unter einer halben Stunde eben voll und hält dann, würde ich sagen, moderat gut. Wobei 4.500 mit eben im QHD-Display und eben 120 Hertz ausreichend sind. Ich würde gern 5.000 sehen, aber es ist, wie es ist. Habe ich allerdings das Problem gehabt, dass ich in meiner Testphase in einer Gegend gearbeitet habe, wo ich im kompletten Ort keine Verbindung hatte. Das Ding hat sich also zu Tode gesucht, mehr Akku verbraucht. Allerdings unter WLAN, muss ich sagen, sah die Sache human aus. Also die Leute, die jetzt eben die besten Akkulaufzeiten brauchen, die werden die hier nicht finden. Die müssten schon auf Full HD runter, die müssten schon auf 60 Hertz runter. Aber es ist kein Dauerläufer, aber dafür ist es ja auch schnell geladen. Aber für normalen Nutzer wie mich mittlerweile, wo es eh schon weniger geworden ist, langt mir das völlig. Nächster Punkt wäre die Software. Und ja, da möchte ich mich kurz halten, weil ich finde Origin OS, ich sage es jetzt einfach ganz hart, also subjektiv absolut scheiße aus eben paar Positionen. Einmal zum Beispiel Smart-Task-Launcher. Wenn ich die aktiviere, jedes Mal, wenn ich das Gerät ausschalte, ist die aus. Also mega nervig, jetzt natürlich nicht, also es dauert immer einen kurzen Moment. Zumal ich dann, wenn ich jetzt zurück will, brauche ich hier eben meinen Account. Und ich kann den einfach nicht freischalten. Mir wird jedes Mal gesagt, falsches passt. Oder ich habe zwei verschiedene Accounts, es ging einfach nicht. Und dann gibt es noch ein paar andere Kleinigkeiten. Aber wer jetzt das Ganze normal nutzen will, wie Android, der kann das. Und es gibt zum Beispiel noch diese Möglichkeit, dass man auf so ein komisches anderes Layout wechselt, wo ein anderer Tester meinte, ihr wechselt jetzt auf Funtouch OS. Dem ist nicht so. Das ist einfach eine leicht andere UI. Und ich hoffe, ich komme jetzt irgendwie schnellstmöglich wieder zurück auf die andere, denn das hier ist absolut grauenhaft. Also ich müsste jetzt den Mute Cube finden. Und wo haben wir den? Hier ist der Mute Cube. Und da schalten wir wieder zurück auf eine UI, die nutzbar ist. Dauert einen kurzen Moment. Da haben wir allerdings noch die Möglichkeit, zum Beispiel die Symbole ein bisschen zu verändern. Die allerdings hier auch aufgrund meiner größeren Skalierung auch ein paar Probleme haben. Unschärfeffekte und so weiter. Also das ist alles okay. Dann gibt es auch bei Konsole zum Beispiel Leistung, Animation können wir verkürzen, die Hertz abändern und so weiter und so fort. Also es gibt hier schon einige schöne Optionen. Und ich will jetzt gar nicht auf alle eingehen, weil sie für mich nicht wirklich ausschlaggebend sind. Das ist einfach nicht so das Wahre. Allerdings ist das leider auch die Kamera nicht. Und ich werde es kurz mal wechseln und euch das zeigen. So. Ich gehe nur auf ein paar Bilder ein. Ich möchte die ganze Sache relativ kurz halten. Okay. Links haben wir das OnePlus 7 Pro und rechts eben das IQ. Aber ihr seht es ja auch schon anhand der Watermark. Und wenn wir da jetzt ein bisschen reinzoomen. Wups. 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 So, da sind wir wieder. Ja, also die Weitwinkel ist besser. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber das OnePlus 7 Pro hatte ja auch noch nie wirklich die beste. Ansonsten jetzt mal kurz ein Zoom-Bild. Lasst mich das noch kurz zeigen. Wo haben wir es denn hier? Seht ihr? Also die Zoom-Kamera ist schon ein gutes Stückchen schärfer. Farben ist jetzt natürlich eine andere Sache. Aber auch hier zum Beispiel. Hier komischerweise komplett unterschiedliche Farben. Nein, das war nicht hier. Wart mal. Ich weiß, ich bin top vorbereitet. Ja, hier war es. Also das sind zwei komplett unterschiedliche Bilder. Und ganz ehrlich, das OnePlus liegt nah dran. Wo hier das IQ so ein gelbes Feld herbekommen hat. Mit so einem blauen Himmel. Kann ich nicht nachvollziehen. Aber ansonsten schöne Bilder. Aber halt eben im 1 zu 1 Vergleich mit einem über zwei Jahre alten Handy. Also High Dynamic Range sehen wir hier. Ist nicht wirklich besser. Auch hier hinten haben wir kaum mehr Details. Also ein bisschen schon. Will ich nicht absprechen. Auch hier oben. Allerdings ein bisschen mit so einem Grauschleier. Also überlichtet. Also ich will das gar nicht allzu lange ziehen. Die Kamera ist solide. Aber mehr als zwei Jahre bei einem Flaggschiff besser. Low Light ist ein Stück besser. Das sieht man. Wird auch deutlich schneller gefilmt. Deutlich mehr Details hier. Das sieht man auch mit dem Nachtmodus. Da wird es dann komischerweise allerdings ein bisschen zu kühl das Foto. Das sieht man auch hier nochmal. Also Low Light ist sauber. Da ist der Unterschied definitiv größer als bei den Hauptbildern. Dann nochmal kurz Selfie. Auch das ist besser für die, die Wert drauf legen. Ist nicht die Welt. Aber es ist sichtbar. Und damit will ich es eigentlich schon belassen haben. Kommen wir allerdings noch kurz zu den Videos. Es gibt ja diese Gimbal Stabilisierung und so weiter bei der Ultraweitwinkel. Und ich muss sagen, ja, Stabilisierung ist nice. Aber die Qualität ist absolut Schrott. Wie alles andere als eben die Hauptkamera für Videos. Die ist okay. Die Stabilisierung könnte noch besser sein. Aber da ist es in Ordnung. Aber haut mich nicht um. Und deswegen ein Fazit. Wer mit Origin OS klarkommt oder eben Fanta 2S bekommen kann, als normaler Android-System-User. Der kann ein Problem, was im Prinzip zu beiden greifen. Wird es aber in erster Linie wahrscheinlich eher beim Vivo X70 Pro Plus machen. Weil das Vivo X60 Pro Plus, das ich letztes Jahr schon hatte, von dem ich echt begeistert war kameratechnisch. Also bei Fotos, Videos jetzt nicht ganz so. Der wird auch jetzt zum Vivo greifen. Für das IQ spricht im direkten Vergleich halt nicht wirklich viel. Weil nichts ist wirklich besser. Von daher, ja. Ich will da gar nicht groß viel drüber schwätzen. Also das IQ hat mich im Prinzip hauptsächlich wegen der Software aufgeregt. Deswegen war die Testphase schwer. Allerdings nur ein Punkt, der mich doch ein bisschen mehr nervt, als man vielleicht glauben könnte. Das Gerät ist leider sehr, sehr lang und sehr, sehr kopflastig. Also da müsst ihr wirklich aufpassen. Aber tschau.